Bereits zum siebten Mal lädt das Jugendbüro zur Jugendschutzwoche ins Haus des Bürgers ein. Vorm 3. bis zum 6. April haben die Schülerinnen und Schüler des Ralswald-Bynasium sowie von der Realschule Plus aus Rammstein-Miesenbach die Gelegenheit, sich mit wichtigen Themen auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Zivilcourage, Verhütung vor Geschlechtskrankheiten und wie man sich am besten selbst verteidigen kann. Die Bürgermeister Ralf Hechler und Ralf Lessmeister sowie der Leiter des Jugendbüro Volker Hammel und Hanna Hall von der Prävention der Mainzer Kriminalpolizei begrüßten alle Kooperationspartner herzlich und stimmten auf eine erfolgreiche Woche ein, nämlich mit dem Ziel, nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Eltern die Message für mehr Sicherheit und Schutz zu vermitteln. In den nächsten Tagen werde ich die Gelegenheit nutzen, die Stände etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, seid gespannt, es lohnt sich und dient zu deinem eigenen Schutz. Ja, seid Untertitelung des ZDF für funk, 2017